hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge never mit mir dem nico und ja ist auch schon alles leider denn ich bin mal wieder allein unterwegs und werde euch ein wenig über never momentan erzählen was so passiert ist in richtung oder ist einer richtig blöd er ist nämlich da oben das weiß ich ganz genau ich werde euch erzählen was es so auf sich hatte mit dem update also dieses zwei gigabyte ab das update dass wir hatten bernard parche und von der bridge vollidiot der mir halt ernsthaft vertraut da jetzt spiele angelaufen gelaufen kommt da werde ich mir da werde ich mir einen bepissen vor lachen obwohl warte ich habe noch ah ich habe was vergessen hab was wichtiges vergessen schnell 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 so also was hat sich verändert in den letzten paar tagen in ever wochen ja north at lakeside there is a beach and to the west that close da 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 ja Okay. Naja. Der freut sich wohl über solche Waffen. Ich freue mich über andere Waffen. Scheiße, Salah, ich sehe hier nichts. Also. Back to topic. Es gab ein 2 GB Update. Die Server laufen jetzt wieder wunderschön smooth. Ich wollte nicht direkt ein Video über die Server rausbringen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob die jetzt permanent weiterhin gut laufen. Aber sie tun es. Und das finde ich super. Denn diese Serverladerzeiten, die vorbeirat 5 Minuten waren, nachdem da auf einmal dann nur 5 mal mehr Spieler drauf waren, es war normal, dass wenn das Spiel 5 mal teurer ist, dass dann auf einmal hier mehr Spieler kommen. Das war vollkommen normal, als hätten sie auf jeden Fall absehen sollen. Also da haben die von, äh, ja, was weiß ich, Phosphor Games, äh, richtig geile Scheiße gemacht. Aber sie haben sie zum Glück wieder repariert. Reaper killed. Ich weiß ja jetzt gerade echt nicht, wo der Typ ist, ne? Schade. Schade. Ich schreibe mir jetzt sogar echt mal, wo ich bin. Oh, Alter, dieser Sound vom Wasser, der tötet mich jedes Mal. Der ist so dreckslaut. Da ist er. Dich fick ich. Vertraue nie Spielern in Never. Das ist die Wahrheit. Tut's einfach nicht, Leute. Tut's nicht. Jeder verkackte Never-Spieler ist auf Kills aus. Ich kann gerade nicht aufstehen. Boah, ich bin gerade so schlecht. Ich hätte echt hinlaufen sollen, damit er noch neun wegspotzen sollen. Beach. Okay. Mal. 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 Ah, Noobs verarschen ist lustig. Muss ich zugeben, das ist eines der Sachen, die machen einfach immer Bock. Oh. Es ist ein Survival-Shooter. Ein Survival-Shooter vertraut man keinem. Ents但, ich spiel mir, didn't get, hit, but, hit. Ich hab den voll einen reingedrückt, ne? Es ist ja egal, was er sagt, er ist bei Beach, wenn der Typ nicht lügt, dann ist das ziemlich blöd. Ja, Hammer, Alter, ich verkack's ja schon hier, einen ganz normalen Spieler, ja, was zu töten. Ah, ich seh ihn. Ist das you? Nein, nein, ich bin's nicht. Nein, nein! Da war noch grad ein zweiter, oder? Wing-Glider-Style! Ist natürlich scheiße, ne? Ja, das war ich. Wie gesagt, vertraue nie jemandem. Never! Komm, Viech! Einer weniger. So, ich bin jetzt gar nicht dazu gekommen, hier irgendwas zu labern, weil wegen Noobs verarschen. Äh, viele werden mich, einige werden mich jetzt anflamen, irgendwie sowas mit. Ja, Nico, das ist voll scheiße von dir, helft ihm doch! Ja, ich geh jetzt zu NSZ und geb ihm ne Waffe. Kann ich gern machen. Wenig Freundlichkeit muss man beweisen. Ich meine... Ne? Einmal am Tag kann man doch nett sein. Ich dachte grad, da wär jemand gewesen. Great! I just got killed. Sagst du auch, wo du bist, ey. Geht gar nicht. Welcome to Never. Ja, genau. So weißt du, so ist das. Es ist halt echt so. This is... Was... Warzee all over again. Ich kann... Ich hab nie Warzee gespielt, nur glaub ich, dass Warzee richtig scheiße ist. Ach ja, ach ja. Wunderbar. Not that bad. Ja, er hat genau recht. Warzee ist scheiße und das Spiel nicht. Gleich sind wir da, gleich sind wir da. Also, zweite Sache, die ich bemerkt hab, die sich verändert haben. Hitbox. Weiß jeder, was ne Hitbox ist? Nein. Die Hitbox ist da, wo du getroffen werden kannst, wo du Schaden kriegst, wenn man nicht abschießt. Habt ihr vorhin gemerkt? Oh, Compromised. Die Safe Zone wurde Compromised. Das heißt, dass hier Spieler rumlaufen. Vielleicht. Die sich nicht wehren können. Naja gut, das wär jetzt natürlich Assi, den nochmal zu töten. Aber ich bin jetzt mal freundlich, geb ihm eine Chance. Hup, sie an. Also, ihr seht's. Ah, ich glaub ich hab keiner dabei. Hm. Naja. Hope you killed like that butter knife. Oh Junge. Wieder weg. Das ist ein Scherz, oder? Oh, das hast du jetzt nicht ernsthaft gebraucht, oder? Das ist ein Scherz, oder? Oh, das hast du jetzt nicht ernsthaft gebraucht, oder? Hallo, Freund von Kentz. Ah, Freund von Kentz, was machst du denn? Large Military Backpack. Cash small. Toll. Na, hat's hat der. So, war kein netter Freund von Kentz, oder? Ach, das krieg ich schon. War kein Problem mit. First Aid Kit. Cash small. Na, was hatte der denn? Ja. 6300. Ah, das ist natürlich schön. Dann will ich mir das Cash small hier auch nehmen. Katana. Pick up water bottle. So. Wer fragt, warum? Weil du mir hinterher renntst mit nem Messer. Ganz einfach. Weil ihr mir hinterher rennt mit dem Messer. Ach, ja. Wer kommt auch mit Messer zur Schießerei? Arschloch. Ja, ich weiß. Ich kann gern Zeug für euch droppen. Da hab ich kein Problem mit. Aber jetzt verpisse ich mich mal. Wuuuuh, ich renne eh schneller als du. Kannst du mir gar nix. Oh, ich find das so geil, ein Arschloch zu sein. Äh, gibt glaub ich n Lied sogar darüber. Ja, komm hoch. Na? Traust du dich? Spasti. Hab ich den da hinten nicht noch einmal getötet? Der hat doch bestimmt Geld fallen lassen. Small Backpack. Kommt da wieder angelaufen. Da ist Geld. Sieben. Sieben Geld. Der Warfiecher ist grad hier gespawnt. Was sind denn der Warfiecher sind hier? Ich glaub der will jetzt intelligent sein. Ich kann mich flankieren. Naja. Someone see Team Brainless kill him. Gerne. Kannste gerne machen. Ich save euch grad die Shave Zone. Ich safe euch grad die Shave Zone. Ich safe euch grad die Shave Zone. Ich weiß nicht. Ah. So viele Viecher. Ah, da kommt er wieder an. Mensch, Kenz, was machst du nur? Hieß durch Hälfte sogar, Kenz. Brauchst du nicht mal mehr Angst zu haben. Ich will dich unter zwei Kills, drei Kills, irgendwie sowas nicht mehr töten. Aber du legst es drauf an, dass ich hier härtere Maßnahmen ergreifen muss. Was mit Liebe und sowas. Thank you for killing me. No weapons, no level. Nothing. Ja, ich weiß, das ist natürlich traurig. Aber, Kenz, ich muss dir sagen, jeder hat mal so angefangen. Es ist einfach der Sinn des Lebens. Ja, lauf mit daher, komm, mach halt. Ich renne eh schneller. Wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich lachen. Also, jetzt nochmal hier Serious Gameplay, ne? Denn ich bin immer noch nicht dazu gekommen, äh, ja, Serious Business einfach. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, euch zu erzählen, was das zweite ist, was sie geändert haben. Hm, ihr weiß nicht, wo ich bin. Äh, das zweite ist, dass die Hitbox verändert wurde. Und man, äh, ich könnte uns jetzt gar mal bei Kenz testen. Wartet mal. Da hinten steht er. Er sieht mich ja nicht. Na, Kenz, komm mal in Reichweite. Ich möchte dir was, äh, was zeigen. Also grob, die Hitbox wurde verändert und sie wurde einfach verkackt. Und das heißt, so viel wie mit dem Sniper und allgemein allen Waffen, kannst du keinen korrekten Schaden mehr machen. Also, hier. Ihr seht's. Bitchbeef. Gern geschehen. Da du nichts hast und was hattest, muss ich sagen, helfe ich dir ein klein wenig mehr. Mein Ohr juckelt grad. Du brauchst schon halten, dass keiner kommt. Er hat immer noch einen Buttersknife. Gut. So soll's auch bleiben. Ich weiß nicht, was der jetzt einbilden will. Aber wenn der mir näher kommt, dann... Okay, er danzt rum. Lion Guard has committed suicide. Ah, da will also jemand hier respawnen. Nein! Komm nicht hinter mir her. Ich weiß mich nicht zu verteidigen. Also, guckt's euch an. Linke Schulter. Eigentlich kein Schaden. Headshot. Wenn man trifft. Wenn man trifft. Na, komm. Oh. Hm. Er ist wohl gestorben. Merkwürdig. Na, dann machen wir bitte. Ah, hat er glaub ich gesehen. Er hat kein Damage gekriegt. No Scope auch ganz viel. Muss ich ehrlich sagen. Äh. Nicht No Scope. Ähm. Quick Scope. Weil ich finde, das ist ziemlich bockt. Also. Nochmal hier zum Versuch, ne? Ein Headshot. Der irgendwann mal treffen sollte. Karkat has been killed by... Freund von Kenz. Ich helfe mein Freund von Kenz kurz. Er ist nämlich hier mein... mein Versuchsobjekt. Nicht, dass der mich hier noch angreift. Er soll ja mein... Freund bleiben. Ach, gern geschehen. Ich glaub der rennt mir jetzt hinterher. Mach das ruhig, mach das ruhig. Player Kill sind jetzt... Ah, das wär mein 100. Player Kill. Ah, nee. Den will ich nicht auf ihm sitzen haben. Hab da gern geholfen. Kein Problem mit... So, wir werden jetzt mal hier die Glaubwürdigkeit von Freund von Kenz testen. So. Werden jetzt auf ihn zu rennen. Oh, Leute. Mit Karkat mein 100. Kill werden. Schade. Hoppa. Oh, da wie ich halt... voll daneben zieh. Ja, ich hab auch genug Muni, weißt du. Da kann man sowas machen. Ah, fuck. Shit. Ist natürlich jetzt blöd. Wuhuhu. Komm Karkat, du kannst dich da nicht verstecken. Wow. Freund von Kenz und... Karkat. Ich muss sagen, ich bin nämlich hier schon grad wie so ein Noob, ne? Das ist... Freund von Kenz und da ist Karkat. Karkat hat es nicht verdient zu leben. Und Freund von Kenz wurde jetzt doch leider hier mein 100. Kill. Unangenehm. Wettel euch nur. Ist mir scheißegal. Ah, jetzt hab ich das Viech zu spät angegriffen. Unter mir. Ne, nix wichtiges fallen lassen. Ich wollte hier eigentlich noch in meinem... In mir nach... Nach irgendwas vor. Aber... Kann grad nicht. Deswegen schlucken wir aber meinen... ein Doktorsbergrei. Zack. Haben ja Spaß. Freund von Kenz ist das da... Ich will diesen Karkas noch einmal töten. Ich bin nämlich nicht so mega assi, dass ich Leute 150 mal töte. Weil ich finde... Oh, Frame Drop. Weil ich finde, man könnte auch nicht netter sein. Freund von Kenz wurde von Karkas getötet. Ich rette dich. Ich... Ich räche dich, Freund von Kenz. Bester Kumpel. Du warst mein Freund. Jetzt bist du tot. Na, Karkat? Hast du schon tisst? Das ist ein Scherz, Alter. Der hat sich ernsthaft umgebracht. Karkat, du Mongo! Ich wollte dich töten. Dann stürze ich mich jetzt auch aus dem Fenster raus. Wie ein Vogel. Ah, ist doch Karkat. Oh! Wie ist das? Ungeil! Ah! Ah, ein Little Brand New oder irgendwas. Ja, macht halt. Little Red. Da! Geht doch! Bounty Collected! Bam, Junge! Weil ich geil bin, nehme ich dein Geld auf. Sieben... Sechs... Money, die du übrig hast. Ich brauche die nämlich. Ich glaube, ich habe mir noch gar nicht gezeigt, wie viel Geld ich habe. 50 Geld waren das. 50 Geld waren das. Na komm, jetzt haben wir mal wieder Spaß. Wenn nicht laut sein. Denn mit Freuden... Oh, das ist der falsche. Ich kam hier raus, um eine gute Zeit zu haben. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt so attackiert. Ich weiß nicht, was er meint. Weiß nicht, was er meint. Wer war jetzt ein wenig hier? Never killing. Ah! Weg mit den Viechern! Ich habe die dem gerade auf die Fresse gehetzt. Ne, ich lass den paar Waffen da danach. Dich habe ich noch nicht getötet! Komm her! Komm her, Junge! Komm! Faller nicht weg! Ah! Scheiß, der war fähig. So, Junge! Den habe ich noch nicht getötet gehabt. Eine Minute, dafür habe ich noch Geld. Freund von Kenz ist ein guter Kumpel von mir. Der ist mein Freund. Kann ich dir helfen? Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Fich ist tot. Freund von Kenz ist mein Freund. A card card has committed suicide. Ist das hier Freund von Kenz? Ja. Guter Kumpel von mir. Bester Mann! Bester Mann! Ich muss mich schön umschauen. Da sind noch ein paar andere Spieler, die ganz böse sind. Jetzt bist du wirklich zwei in eine Sekunde, bevor die Safe Zone hier wieder Safe ist, gestorben. Ich würde sagen, das ist ziemlich blöd. Oh. Ja dann. Bleib mal stehen. Nein, die Safe Zone ist Safe, Junge. Dann gebe ich dir kurz mal was. Ah, ich kann nicht, ich kann nicht, äh, ich kann nicht im Chat reden. So. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ich bin jetzt mal freundlich. Ich bin jetzt schon fertig. Ja. Ja. Könnt ihr alles haben. Ach so. Ach so. So megafreundlich sind wir nun auch wieder nicht. Da kannst du haben... Die Hatz behalte ich mal. Ah, warte ich, komm. Drop. KB-12, können wir den geben. Da kann ich die auch geben. Chips, Essen, Quick-Speed-Energy-Pass behalte ich mal, die mag ich nämlich. Ja, da können wir hinlegen. So. Ich würd sagen, jeden Tag ne gute Tat und dann ist alles gut. Hi. Ja, er sagt Hallo. Hi. Freund von Kentz ist mein bester Freund. Oh ja, er lacht sich jetzt, glaub ich, aber er hat einen ab. Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. Es ist ja Hammer. Es ist einfach nur Hammer. Ich feiere den Namen irgendwie. Wer ist denn eigentlich Kentz? Hab ich grad in den, äh, in den Chat geschrieben. Äh, geredet. Ich muss sagen, ich hab von Freund von Kentz jetzt mehr Geld aufgehoben, als ich eigentlich hier jetzt grade gekauft habe. Das ist Freund von Kentz. Der hat die Hatz, glaub ich. Which weapon was it brainless? Ah, mach 9. Ah, Lime. Ach, Freund von Kentz ist cool drauf. Der, der läuft, der Typ. Das heißt, wenn ich meine, wenn ich meine Levels hoch machen könnte, indem ich halt, äh, Sachen verkaufe, dann würde ich sagen, hm? Ah, er will we have, free. Ist da was? Guck mal. Ah, und ich bin jetzt mal ganz freundlich heute, da unser Freund von Kenz ein guter Freund von uns ist, können wir ihm auch noch was geben. Ein guter Freund von Kenz. Temporus und Karkat sind da. Karkat, hast du in der Lektion gelernt? Soll ich dir noch was geben? Okay, kann ich dir was geben. Er hat irgendwas gesagt, aber ich habe ihn nicht verstanden. Ist die daran, dass ich bestimmt verstehen wollte. Extra. Ich assi. Wir teilen mal Mundi auf. Übrigens, wenn man Sachen aufteilt, ist das vollkommen normal, dass die Frames auf 5, 3 oder sowas runtergehen. Dass man einfach dann nicht wirklich zocken kann. Aber wenn man damit aufhört, geht's wieder. Keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber das zieht das Spiel runter bis zum Geht nicht mehr. Kann man nicht mein Geld irgendwie safen? 140.000? Ach, deswegen. Deswegen habe ich 10k von dir aufgehoben. Jetzt gebe ich hier dem kleinesten Schorreger. Boah, Alter, krass. Praktischere Techniken. Jetzt habe ich es verraten, jetzt habe ich es verraten. Oh nein, 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 jetzt wissen alle, wie es geht. Oh nein, nein, nein. 103 Kills habe ich. Ich würde sagen, äh, 100er Kills. Danke, Freund von Ken. Bester Mann. Wie sieht es in meinem Social jetzt aus? Ich bin jetzt hier bei Hope, war das nicht. Hopp, nee, oder K.O.T. K.O.T.? Knights of Clamming. Oh, ich muss noch ein paar mehr töten, geht gar nicht. Aber ich würde sagen, wir haben genug Action für heute. Ich muss sagen, ich freue mich echt, dass die Saves oder dass die Compromise war. Nur dann kann man richtig geil Scheiße bauen. Und dann würde ich sagen, Freund von Kenz, bis zum nächsten Mal. Tschüss.